Herzlich willkommen zu unserer Reihe Frauen in Führung. Heute mit einer Kollegin aus dem Bereich IT. Hallo Anke Kiende, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Klose, ich grüße Sie. Frau Kiende, Sie arbeiten im Bereich Mainframe-Infrastruktur. Was kann man sich darunter genau vorstellen? Mainframe ist eigentlich nur ein anderer Begriff für das Thema Großrechner der Firma IBM. Gerne also ein eingeführter Begriff in der in der IT-Welt und Infrastruktur beinhaltet die gesamte Basis, also Hardware, Software, Betriebssystem, Kommunikationssysteme, die Datenbanken IMSS und DB2, unsere Sicherheitsdatenbank RACF, das Thema Kapazitätsmanagement, nicht zu vergessen den Storage, um die Daten zu speichern und natürlich erst bei uns auch noch läuft es die Archivierung für die Bundesbank. Das Ganze umfasst es. Wir sind ein Team von 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben gerade ein großes Projekt, was wir gleich abschließen im nächsten Jahr und für diese Tätigkeiten haben wir 18 neue Stellen bekommen, die wir ausschreiben gerade und dass wir uns freuen auf neue Kolleginnen und Kollegen. Also ein spannendes Feld mit viel Bewegung. Und wie sind Sie in diese Position gekommen und seit wann sind Sie bei der Bundesbank? Ich bin seit 2018 bei der Bundesbank und ich habe mich direkt beworben auf die Stelle und bin von Hause aus Diplom-Informatikerin, habe Informatik studiert und bin seit 1991 in Frankfurt, habe begonnen bei einem großen Transportunternehmen, hatte da auch schon erste Berührungen zu dem Thema Führung, hatte dort auch Führungsverantwortung, Budgetverantwortung und habe dann dort auch als junge Frau dann auch gefragt nach dem entsprechenden Position und dem entsprechenden Gehalt und habe dann damals den Satz zu hören bekommen, ach sie sind ja noch so jung, sie haben ja noch viel Zeit. Ja und das ist eine Erfahrung, da überlegt man sich dann schon, wie der weitere Lebensweg ist und ich bin dann über verschiedene Stationen, habe mir dann einen anderen Arbeitgeber gesucht und bin über verschiedene Unternehmen und auch Behörden dann letztendlich hier zur Bundesbank gekommen. Und gibt es Personen oder bestimmte unterstützende Faktoren, die Sie auf Ihrem Karriereweg unterstützt haben? Ja, auf alle Fälle. Man kommt ja als Führungskraft hier in die Bank und hat, wenn man von außen kommt, schon Erfahrungen gemacht und bringt halt ein ganzes Päckchen an Erfahrungen, Wissen mit. Und die Bundesbank muss man ja auch erstmal kennenlernen als neue Führungskraft. Also wie funktioniert Favis, Schriftverkehrsdatenbanken, Notdatenbanken, das erklärt sich ja auch nicht so ganz von alleine. Und den größten Support und die größten Unterstützer für mich waren eindeutig die Kolleginnen und Kollegen. Weil die bringen ja auch ihre Erfahrungen mit, die wissen einfach, wie das Tagesgeschäft läuft, die kennen die Anforderungen an die Systeme. Und man ist ja als Führungskraft auch nur so gut wie das Team unten drunter, wie das Wissen, was ja im Team vorliegt. Und das muss man ja gemeinsam dann nutzen, um das Team weiterzuentwickeln. Und ohne diese Unterstützung auch in den ersten Jahren und auch jetzt noch, das hört ja nicht auf, könnte man nie eine gute Führungskraft sein. Also Teamwork, darauf kommt es an? Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Weil wenn man selber irgendwie versucht, ohne die Kolleginnen und Kollegen, Ideen durchzusetzen, das funktioniert nicht. Das geht nur gemeinsam und miteinander. Und was macht für Sie gute Führung aus? Gute Führung ist für mich immer wertschätzend. Eine Wertschätzung gegenüber dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, mit dem ich zusammenarbeite. Gute Führung ist auch immer zuhören, Fragen stellen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen Themen weiterzuentwickeln, weiterzuentwickeln, auch Probleme zu lösen, auch Herausforderungen anzugehen und zu sagen, wie kann man sie gemeinsam, und da ist wieder dieses gemeinsam und im Team gemeinsam bewältigen. Das macht für mich auch gute Führung aus, Fragen zu stellen, auch die Kolleginnen und Kollegen weiterzuentwickeln in dem, was sie sind, wie sie arbeiten, sie zu unterstützen. Das ist jetzt, gibt es ganz viele neue Begriffe, dienende Führung oder unterstützend oder kollaborative Führung. Und ich würde es gar nicht so in diesen Begriffen festmachen, sondern es ist wirklich einfach die Wertschätzung, die Offenheit, mit den Menschen, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten und da gemeinsam was zu bewegen. Und was würden Sie Nachwuchskräften raten, die jetzt noch am Anfang Ihrer Karriere stehen? Haben Sie vielleicht einen kurzen Tipp? Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie offen, halten Sie die Augen offen, packen Sie Gelegenheiten beim Shop, wenn sich etwas bietet und greifen Sie auch wirklich selber zu, wenn Sie etwas sehen. Spannendes Thema, spannende Kolleginnen und Kollegen, gehen Sie auf die Kollegen zu, fragen Sie, was machst du, wie machst du das, warum machst du das? Nur so können wir uns auch als Bank weiterentwickeln. Und IT ist jetzt auch kein Hexenwerk. Also das alles, kann man alles machen. Zupacken und einfach mal machen. Genau. Wunderbar. Das ist gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Frau Kühne, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch, Frau Klose. Vielen Dank.